«Hooktop» «Russisch» «Hä? Was ist Russisch?» «Nein, es gaben wirklich schokoladische Spionen» «Oh fuck» «Ja, alle Kämpen» «Auer Kämpen» «Oder Aller Kämpen» «Auer Kämpen oder Ammer Kämpen» «Nein, Kämpen haben wir wirklich keine gebraucht» «Neine gebraucht» «Neine gebraucht, genau» «Müssen Sie nicht in Verzug wegen Kämpen machen» «Nicht in Verzug wegen Kämpen machen» «Nein, wir haben eine Berndeutschstunde» «Nein, wir haben eine Gürbenkämpe» «Gürbenkämpe» «Was ist denn das wieder, ein Gürbenkämpe» «Nein, das sind Gürbenkämpe» «Hä?» «Das sind Gürbenkämpe» «Nein, das kann man nur vorstellen, dass das Zuckerüben sind» «Gürbenkämpe» «Ach nein, das sind Kapis» «Gürbenkämpe» «Nein, das ist nicht mit der Gürbenkämpe» «Nein, nein» «Gürbenkämpe» «Eben» «Nein» 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 «Soudsame» «Nein» «Nein» «No фиг** «Iesch» «N» «EFr四 » «Hwetpost » «Nosbirt Wade» «Nein» «Soum». «Nein» «Flö Molung» «Nein» «Schiffsjunger» «Ahh sass mit dem Computer» «Vertochwood» «Momo» «Und zum Cushet» «Mansanne» «beis coulda» nicht kochen, mal kochen schon, aber das ist sein Heiligtum. Ja, das war gut. Aber auf meinem Schiff. Ah, musst du das in Kauf nehmen, musst du dulden, dass er dir... Darum habe ich ihm gerade so Mutsche erklärt. Mutsche ist der Schiffskoch, der Zähniertochter. Der Mutsche, der hat keine ganz andere Rolle, er ist mit dem Schiffsjungen. Der Mutsche, der Mutsche, der Trauerrichtung setzte. Nicht hier. Ich bin einfach da. Geil geht es nicht, da bist du ein Verstand, das Theater... Fridule, wir liegen hier in diesem Schlachthof, Atelier, Atelier, leben wir in zwei Sphären. Es gibt hier... Nomen. Ja, die anderen haben ihn noch nicht gefunden, in die Richtlinie. Hey, also dann geht es hier ins Atelier und da ist er der Meister, da muss ich folgen. Okay. Aber sobald wir ihm auf meinem U-Boat sind, das ist der Runde verroffen. Ich habe es begriffen, das ist eine ganze Story, da gibt es Filme. Ja, das ist ein richtiges Zeug. Ah, genau, ja. Jetzt hast du es gesehen, ja. Stimmt. Allerdings musst du völlig in einen anderen Rahmen bringen, das musst du nicht so präsentieren auf dem Web. Nein, das ist noch wichtig. Das ist der Studio, das das nicht machen soll. Ja, das muss man dir sagen. Er ist verantwortet. Ja, er hat es dem Kriegel schon gesagt. 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 Ja, das glaube ich nicht. Das ist mit Sammy. Nehmen Sie es wieder mit. Wo geht ihr das Gohorten? Ich will es jetzt endlich rausfinden. Aber wo? Ich bin schon 13 Mal gesehen, ich habe es nicht gefunden. Das Nächste, das sie hat, ausweichslägt. Wieder durch. Vielleicht ist die Juni. Gott, das wär's, die ist schon schwanger. Die ist ja ... Mal, die ist ja abbeinig. Wie lange war sie? Wie lange war sie das, als sie abbeinig? Stumm? Wie lange ... Allein sie abmacht. Die ist schwanger. Darum ist sie so dick. Wie lange ist sie, als sie abbeinig ist? Sie ist abbeinig. Wie lange war sie weg? Stumm? Ich bin recht ausgeblieben. Ja, das kann man vorstellen. Sie ist abbeinig. Du legst ja Fische aus. Ich habe gerade gesehen. Wenn sie nur noch gesungen ist oder so. Die ist so einfach. Die kann ja gut zu ihm. Bei der Semmi hat die Lichtgeist, ist sie weggegangen und alle. Das war sie auch. Es war neun Uhr am Abend. Sie warten, bis sie rüberkommt. Sie blöffen hier. Hallo zusammen. Und dann wird sie gefangen. Dann wird sie mit einem Netz gefangen. Aufbeinig. Schau gleich auf den Grill. Diese Schlampe. Aha. Gleiche Stung. Ja, ja. In der Stung hast du viel gefögelt. Schau jetzt hier. Ja, ja, die ist dick. Die ist schwanger. Darum ist sie so komisch. Oh, nicht auch die Sprözel kommen, ja. Luna. Luna. Lutschka. Läs woche ist dick sie jetzt. Hat sie schon geworfen? Dann geht das schnell. Luna. 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 Sie schau. Kann ich eine Katzensperre werfen? Uff. Mit den Augen schon. Mit den Augen, ja. Zwischen hat sie... Zwischen hat sie... Uh, jetzt hat sie den Blick wieder. Nein, die hat... Sie tut... Leck mich. Von unten auf, schau sie mich an. Nein, das ist Brigitte Pato. Ach ja. So ein Reste. Aha. Ändlich etwas kitschig oder so. Aber es merkt mir... Ja, ich schon. Ich schon. Ich schon. Sie will sich nur wichtig machen. Klar will sie denken. Sie will nur, dass es um sie geht. Du denkst dir ja, oder? Nein. 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 Ich wüsste, warum. Ja, ja. Weisst du, mein Kollege will immer, dass es um ihn geht. Dabei geht es doch um mehr. Das sind Kollegen. Oh Gott. Happiness. Ja, das ist klar. Das kannst du dich gar nicht... Ich kann mich doch nicht vergleichen. Nein. Aber mein Kollege geht immer. Nein. 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 Da wurde man von der Richtlinie werktakisch gekommen. Aha. Da musste ich es anschauen. Dann wurde ich mir gefragt, dass es der eine hat, der andere eigentlich überlegt. Wie? Ob sie etwas weiter macht. Ja, ja. Aber beide hatten ein Töffel gehabt. Ja, ja. Oder hat es Töffel auch deinen Töffel? Ja, das ist das hart. Weil es zwei drauf stehen konnten oder so? Es hat auf jeden Fall auch die Bremse gesessen oder Gashäbel. zu vegan sein. Ja, wirklich. Nein, 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 musst du nicht mehr. Bremsen kann man nicht, aber man kann irgendein Gebäck. Wie haben denn die Töffel geissen? Pony? Oh, Pony. Oh, das wäre doch... Pony? Ich bin doch auf Pony gestanden. Nein, aber der Giovanni hat so ein Pony mit Blinker. Eine Generation mit Blinker. Aber bei ihm geht immer nur der linken Blinker. Wo er herfährt, blinkt er immer links. Das weiss nimmer mehr rum. Früher gab es doch noch Pflügelchen. Ich habe es noch als Kind als 50er erlebt, was wirklich kann so rausnehmen. Ja, bei der Folie. Ja, genau. Bei den Käfer habe ich gedacht. Ja, das sagt er schon seit drei Wochen. Morgen. Mit einem blauen Meer. Ja, morgen, aber es ist immer anders. Ja, morgen ist immer morgen. Morgen ist immer anders, würde ich sagen. Ja, das ist schon klar, aber er sagt schon seit vormorgen. Ja gut, du als Vorsitzender musst natürlich die Tabelle führen. Ich würde es mal notieren. Ne, wie gesagt, das ist sein hohes Gebiet, aber ich finde es einfach schade. Er verspricht dir es immer. Sie gehen in der Linie raus. Und dann hat sie schon vorentscheid, du bist eigentlich schon ab. Und wann war das? Vor einer Woche ist sie ab. Es ist dunkel. Gib mir zu, gib mir zu. Also. Jetzt ist das wirklich so. Ach du. Ja. Weisst du was? Was denn? Das kleine Problem ist, dass du mir jagst, dass ich so eine kleine Büsse einlassen lassen machen? Ach, das habe ich ja nichts gesagt. Das ist moderne. Ja, du bist aber auch einer, der zustimmt. Aha. Was willst du denn mit der Katze im U-Boot? Ohne Müsse? Nein, nein, es hat immer Müsse in den U-Boot. Es hat auch Ratten im U-Boot. So, merci für den Job. Merci für den Job. Darum braucht es eine Katze im U-Boot. Ja, dann muss ich auch eine Katze mitnehmen. Ja, genau. Ja, sie, die Luna. Warum? Nein, die Luna ist Matzikam. Ich weiss, dass du Angst hast vor meinem Hummelin mit dir in einem U-Boot wäre. Darum brauchen wir die Luna wie zum ersten Katze, U-Boot, Katz. Ja, ja, die erste. Also, das ist die erste. Also, weisst du, ja, weisst du, was sie muss lernen? Tauchen. Auftauchen. Kann sie schwimmen? Wenigstens das? Ja, die kann die einfach. Wenn sie das U-Boot, hä? Ich kann die einfach. Wegen dem Retten? Ja. Dann kannst du dich auch retten. Also, wir tauchen dann nicht wegen jeder Müsse auf. Wegen der Tätmengen schlägt. Wegen der Tätmengen muss man abgesoffen sein. Wegen der Tätmengen muss man abgesoffen sein. Ja. Fuck, ja. Du hast nur kleine Probleme. Kleine. Ich bin aber, ich bin Admirat. Eben, das ist eine Verantwortung. Die Meuterei sind echt ziemlich intent. Richtig. Ja. Ja, das ist eben das. But you can never leave. You can check out any time. Mal klachen ab. Hast du schon mal gehört vom Torbeto-Schacht? Hast du schon mal gehört von dem? Ich glaube, du bist schon mal drin gesessen. Ja, das ist bekannt worden in einem Film von einer von Bill, den ich ein bisschen kenne. Ist wahr. Du nimmst, du nimmst, du nimmst. Aber ich habe die Flaschen drunter geholt. Die von Victor. Nein. Oh, komm nicht. Ja, ich nicht. Ich darf auch, hat er gesagt. Trinken von Victors Flaschenpost. Ich gucke mal, jetzt da Whisky und dann noch ein Bett zu. Aha. Du hast ja so viel zufüllen. Nein, nein, ist gut. Ich hole sie gerade. Braucht es noch Holz? Nein, ich kann nur die Flaschen drinnen. Oh, dann ist es wirklich besser. Nein, braucht es noch Holz? Oder hörst du jetzt aufheizen? Helmut. Es hört schon verpasst. Es ist keine so... Ah, drei. Wenn es um ist, ist man jetzt bei uns richtig so recht. Ein Jüdeltag. Ein Jüdeltag. Ein Jüdeltag. Ein Jüdeltag. Dann bist du frei gewesen. Dann bist du frei gewesen. Ja, aber der Begriff Jüdeltag... Nein, du musstest eigentlich abgehen. Verstecken, oder? Abgehen. Rausen. Rausen gehen. Ja, so wie ich jetzt auch raus bin. Heute. Ja, ja. Ich hätte lange... Also, ich habe rausgegangen, wo du wirklich an die Natur... Nein, einfach raus, aus den Wangen raus. Am anderen Ort hinein. Oder so. Ja, ja. So würde man sagen... Oh, ja. Heute noch... Okay, warum sind wir jetzt dort? Heute noch, das ist noch ein anderer Gruf. Jüdlich, oder was hast du gesehen? Wie hast du gesehen? Das ist so ein... Jüdeltag. Nein, Jüdeltag, oder was? Ja, es ist ein Schütteltag. Ein Schütteltag. Ein Jüdeltag. Ein Jüdeltag. Und du kannst schummern, oder so. Aha. Kannst du überkriechen, weisst du. Aber das hat... Aber das kommt... Es kommt auch, wenn du jüdisch... Das weiss ich eben nicht. Es wird jüdisch drin. Aha. Ja, aber das sind alte... Eben, ja, nicht. Darum. Das ist manchmal interessant. Ja, ist alles interessant. Weil sie... Die Männer mit allen haben schon immer eine Geheimsprache gehabt. Der hat mich auf den Spuren. Nein, es gibt selbst noch Dialekten. Du, übrigens, habe ich einmal getan. Wenn ich eine Karte angeschaut, an Schweizer, topografisch... Wie? Moment. Nichts. Wir hören. Nein, ich will nur sagen, das ist wirklich die Siegfriedkarte. Die Schweizer gemacht haben ja 1840, so verreckt. Siegfried? 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 Siegfried, die Häuser irgendwo im Bosco, Curin, hinter, im Tessin, oben. Dann kannst du auf die Karte runterzummelden, die Häuschen sind genau dort, dass sie auch noch hüpft sind, oder? Und schon 1840, 1820, 1830, kann ich die einfach kartografieren. Und das ist so gut gemacht, das Zeug. Wie heisst der? Das sind hunderte und dann... Nein, nein, aber das sagt der Begriff vorhin. Topografische Karte. Nein, nein, der Name. Siegfriedkarte heisst Karte. Ah, sie heisst so. Sie heisst so, sie heisst so beinahm, sie ist Schrikade. Es sind mehrere Beteiligungen, es gibt in Lithiantum und Absolut 2. Aber die Karte ist die erste Karte, die schweizweit alle Flournamen drauf sind, das ist ein Wahnsinn. Aha. Und die Flournamen, die wir haben, das hatten wir schon vorhin. Und die Flournamen, das ist sprachlich eine Meisterleistung. Jeder Berg ist beinahmt. Weisst du, da muss es jemanden Typen geben, die diese Namen noch wissen. Und dann kommt dieser rein, der hat das Rathorn und so, was, das ist das Morgenhorn, du gehst, oder? Und der hat das Bätziwissen, wo ist das Bätziwissen? Bätziwissen. Also, hinter dem Hund, bist du doch nicht am Schangli? Ja, ja, ich sehe Schrappte. Wie? Rattenfuhl. Du musst da mal eine Liste haben, oder? Schrappte. Da gibt ein Hübelchen hinter dem Schrappte-Gäckli. Ja, aber was ist das? Und dann gehst du da drüber. Hotel, ich denke. Schon, aber es ist vereinfacht. Du hast dann gesagt, ja, dort im Willer. Oder dem Dom. Du bist auch total kreativ. Söpferisch, die Berg nehmen. Das Blümelis-Mammeli, Wieseli. Ja, und der... Aber hier im Seeland gibt es eine grosse Verwechslung. Das Burgeln. Der Dung, wo ist. Genau dort hat es im Seeland eine Geschichte, die ich gelöst habe. Du kennst den Friennisberg. Ja, den kenn ich. Friennisberg. Weisst du, wo das ist? Friennisberg. Das kennen wir, ja. Das hat nichts mit einem Bergzeug. Ich denke, das ist von Kamerun. Ja, das ist schon... Ja, das ist alles nahe von dort, wo du es siehst. Friennisberg. Aber die Nähe ist ja von Telfer-Beit-Küsten. Ja, ja, ja. Blödsinn. Also, die ist von Benz, ja, in Fütla von Afrika. Das ist auf der Weltkast. Ja, das ist auf der Weltkast. Blödsinn. Also. Die kommen nicht drauf. Ja, 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 ja. Die können morgen diesen Wettbewerb gehen. Gut, die finden ja heute die Pflanzenwelt noch an afrikanischen Küsten und an nordamerikanischen Küsten gleiche Pflanzen, was es nur dort gibt. Darum weiss man, dass die Küsten früher mal zusammen waren. Ja, oder der Samen ist über einen geschwommen. Oder so eine Pflanze. Ja, ja, ja. Oder der Samen ist über einen geschwommen. Ja, ja, ja. Oder irgendeine Vieche hat den Samen und das Kräse. Äh, den Geschiss. Wischli hat das Kräse und das Kräse und das Kräse und das Kräse und das Kräse. Oder das Kräse oder das Kräse. Blödsinn. Die schweifen. Die schweifen einfach zu weit aus. Wir sind bei Friennisberg verbleiben. Friennisberg ist hier im Seelallen. Das ist so der höchste Punkt, der über das Hügelchen sieht. Genau. Und dann siehst du die Trois-Lacs. Ja. Das ist ein sehr gut Aussichtspunkt. Das ist ein sehr gut Aussichtspunkt. Das ist ein sehr schönes Berg. Dort. Und dann hat er gesagt, Mon Ruy. Und den kenne ich auch immer. Ja, das ist etwa vor Erlach, oder? Der ist ja hinten zu Mon Ruy. Also vor Erlach. Erlach ist ein Bielerset. Ja. Und hinten kommt so eine... Wie heisst das? Mon Joli. Non. Mon Joli. Oder... Jolimont. 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 Ja. Okay. Ja, ja, ja. Friennisberg. Ja, du bist ein Friennisberg. Ach du. Sie haben ja einen Deal. Jolimont. 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 Ich habe ich jetzt etwas sagen. Ich studiere, wie ich es aufnehmen soll. Mutwillig oder böswillig? Ja, super gut. Guck mal. Wie wir uns heute gesagt haben, trauen den Chinesen nicht. Wieso? Was haben jetzt die wieder bösend? Ja, Sie haben doch gesagt, aber die sind bös. Die sind grundbös. Nein, das ist einfach nicht wahr. Die sind ganz ganz böse. Nein, das ist nicht wahr. Mal kriege ich mehr abeländische Analysen. Nur weil sie ein wenig mehr sind als dir. Es wäre ja eine Analyse. Ja, es wäre. Es bricht im Moment die Hilfe. Es ist schwer. Die Rechner bringen es nicht hin. Also jetzt ein Stück zahlen oder wie? Vielleicht haben wir es eine Hälfte. Es geht nicht ganz hoch. Ich will es nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Ja, das ist auch gefährlich. In Australien hat so grosse Löcher. Da kann man reinfallen. Wir verstanden Löcher. Auch Zolllöcher. Nein, die Kohlenlöcher, die sie machen. Mit einem riesen Giganto-Backer. In Australien haben sie keine Kohle abgebaut. Die Schacht ist eigentlich SIG. Herz. Ja, ja. Also da ... Nein, Kohlen sind die Kräuter, in Australien. Nein. Nein, das habe ich auch. In Australien. Ja. 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 Ja, aber hallo. Ja. Ja. Ja, wir sind jetzt nicht, aber was sagen wir nicht so weit. Was sagen wir jetzt denn? Das gibt ja vom Haus eine neue Tüte. Es geht mir nicht um die Flasche. Ja. Ja, aber es ist ein kleiner von uns als Lächer, zu denen Kuhi, oder? Ja, ja. Aber auch nicht, dass die uns diesen Breit geben. Das sind die ... Ja, das ist ein bisschen Wasserfüll. Das ist helles Spritot! Nein, das ist der sogenannte Dual ... Nein, das ist der sogenannte Dual ... Ich weiss, warum es nicht so viel drin ist. Weisst du warum? Nein, ich mache Schick. Nein, du weisst ja warum. Ich habe es in die Flachmalle gefühlt. Weisst du noch? Die Flachmalle ist offen. Ich hoffe, dass es da ist. Ja, hoffentlich auch. Ja, genau. Ich müsste es helfen. Mit dem Trichter hast du dich gefühlt. Ja. Ja, genau. Es ist ein halber Weiss gefühlt. Und Sicherheit. Sicherheitsmässig, ja. Es gibt eine gute Patina in den Hüften. Ach, da ist er. Das ist meine Patina. Ja, ja. Ich muss es selber wissen, ob er noch weint. Ich muss es eben selber wissen. Das ist gut für den Kleinen. Wenn er nicht mehr will. Du fährst noch mit dem... Ähm, ähm, ähm. Ja. Okay. Oder in dem Töffli. Da ist noch Helle drin. Den sieht man nicht so gut. Aber der soll für das Erste weinen. Mal, ich gebe dir noch eine Schütte. Warum? Ein Kleiner. Nur einen ganz kleinen. Nein, wenn er nicht mehr will. Nein, nicht mal. Nur einen kleinen, dass er noch mit Wasser auffüllen kann. Im Fall. Aber das ist heute, man nimmt es so hästlich. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ja, ja, das ist gut. Jetzt kann man noch ein bisschen. Und sonst gibt es Fläscher. Ja, scheisse. Nicht schon wieder. Nein, nein. Nein, nein, nein. Tschau, bitte. Nein, nein, nein. Ich habe heute schon wieder mit einem Tüchöpfer in mir gesagt. Das ist gut, das ist gut. Okay. Hefte mir doch durchs Deltmatik. Das ist bei mir gefährlich. Aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, für das. Nein, nein, kannst du ja auf dem Tisch. Nein, nein, der ist auf dem Tisch. Oder auf dem Tisch, der ist wirklich drunken. Ja, das ist auch nicht sicher. Nein, aber da muss man ja auch einen Schritt nehmen machen und sagen, okay, das ist ein Paar ins Raum. Du weisst nicht, das ist auch irgendwie meine Süchtigkeit. Ja, aber ich sehe es gerade nicht. Nein, nein, nein. Nein. Das war nicht. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Das ist doch so lang. Ich habe das gerne. Was ist denn? Das ist einfach Tee. Das ist manchmal Bio-Schwarztee im Moment. Ich sitze dort. Ja. Natürlich auch ohne Zucker, oder? Ja, ja. Nein, da bist du aber heavy drauf. Das ist ja einfach so. Das ist schwer. Ja, vom Geschmack her. Du hast nur Leitungswasser. Ja, das würde ich mich haben. Das würde ich nicht haben. Okay. Und bei Schwarztee, manchmal habe ich auch Jasmin Tee, Grün Tee, Jasmin. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Weil ich bin... Eben. Anstatt Kaffeesauf. Ja, klar. Ja, genau. Ja, genau. Potsch. Ja, genau. Darf ich da noch einmal drehen? Ah ja, stimmt. Ich brauche noch Papiere. Schressen. Ja, ich brauche noch so wie gestern. Drei Schressen. Aha. Das ist gut. Abspulen. Was heißt das? Kommandant. 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 Eben. Was ist Programm-Bord? Modul A2. Ich weiss nicht. Ja, 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 wenn, ist die Frage. Wenn? Aha, Kompost umruhen. Wo ist das Material für dich reinzutun? Ja, wo ist das Material? Ja, genau. Ja. Ein schneller Versetzen. Ja, das glaube ich nicht, hast du wirklich gelesen? Was ist das dort hier? Oben, auf dem weissen Gestell. Dort, dort, dort. Oben, hier. Kokain. Ja. Was ist das? Das gehört auch zu diesem Zeug, oder? Ja, das gehört zu diesem Cochain. Das ist im Herbst, äh, Rehobliherbst. Tut man das rein, oder was? Nein, was ist das, Natrium, oder was? Das ist, äh, Kaffeezucker. Ja, wenn das noch lange dort bleibt, steif ist der. Ja, wir setzen das schon direkt in. Da habe ich eben ein wenig Bedenken. Oh, Moment. Oh, hey. Nein, ist schon gut. Nein, 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 nein. Ist gut, 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 gut. Goll, Mann. Jetzt mal für ein halbes Jahr genug. Ja. Also, wei, Bon, am Morgen, was hast du verdienst? Nichts. Ach, du hast nichts. Ist das anstrengend? Ja, er hat schon zu tun. Und da, so, oder, was machst du? Was hast du, was hast du gerne machen? Oder ist da Zeit für dich? Er hat Kiosken, die er um 6 Uhr offen haben muss. Vier Kiosken muss er in den Komponisten. Sind es jetzt vier? Sind es jetzt vier? Nein, drei, oder? Drei, drei. Wie? Drei Kiosken hat, private. Aha, Kiosken. Kiosken? Ja, das weiß ich. Mit Verkauf von Zigaretten, Ketschkubi. Ich bin Franzi, ich kenne ihn. Ich bin seit Jahren dort. Du hast mehr Lohn und so. Aha. Bei ihm könntest du mal vorbei. Du bist ja schon manchmal vorbei. Ah, beim Brühplatz? Ja. Ja, ist gut. Das ist eben sie. Ja, ja, ich weiss. Also, ist gut. Ah, jetzt weiss ich etwas. Wir müssen es gut regeln. Wenn es weiterhin so geht, auf Alpau, hast du den Bistro. Das Bistro. Aha. Aha. Ja. Ein paar Zähne. Ja. Interventation. Kann ich schnell appellieren. Die menschliche. Haben wir heute auch einen Sonntagstalk, der in den Lehrlauf geht? Nein. Ja, kannst du jetzt hart beschreiben, um einfach mal bestellen, was Qualität hat. Ja, aber so weit sind wir noch lange. Ich kann sagen, jetzt haben wir vier Steine mehr. Dafür will ich mal etwas Anständiges. Genau. Den Schrott, den wir da bieten, dann in den Ön. Boom. Aha, so. Dann können wir doch kurz eine Kioskkötte übernehmen. Ja. Was für eine Kötte. Übernehmen die dann so? Das ist klar. Kioskkötte. Ja, ja. Einfach verteilen. Gut kontrollieren. Genau. Punkto Kioskkötte. Wie heisst deine Kötte? Vom Kiosk. Hast du einen Namen? Hast du einen Namen? Kiosk. Skyland 7. Nein, nein. Die drei Lokale vom Biel. Die tüchtigen. Wir sollten den Kötte Namen für ihn haben. Seine Kiosk. Nicht er. Er hat einen Namen. Ja, genau. Komm, wir tun jetzt schnell einen Namen aus. Ehm. Aitjummarin. Nein, nein. Es muss ja schon Thailändisch sein. Der Name. Der kann denkt, dass er besetzt. Ja. Moment. Ich meine. Ich muss mich als Sender nicht komponieren. Oder Zigarren und Stumpen. Ist das Thailändisch? Zigarren und Stumpen. Das ist auch nicht so aktuell. Kannst du mir das mal sagen? Als Slogan. Als Werbeslogan. Ruhe schnell. Was heisst das? Tat. Das ist ein Name. Sag ich. Tatparipalumanimbom. Nein, nein. Sie hat mir das zehnmal gesagt. Ich kann es nicht sagen. Tatpatokastufka. Das ist äh. Ich kann jetzt noch nicht mehr sagen. Tatparipalumanimbom. Tatparipalumanimbom. Irgend so etwas. Das ist ein Name, oder? Ach klar. Eine thailändische junge Frau. Ist zwanzig. Sie arbeitet im Bahnhof Kiosk. Sie studiert Psychologie und Betriebswirtschaft. Sie ist nur am Wochenende hier angestellt. für Studentenlohn. Zum Glück. Shakira heisst sie. Das ist ein Name von Vornamen. Wo wollen Sie? Mühe? Das geht dir nichts an. Das habe ich noch nicht so weit gefragt. Aber das ist zwanzig. Ich habe es wirklich nicht gefordert. Das ist für Gott. Aber ich glaube nicht. Das ist nicht vorbei. Vorbeirufen? Ja, ja. Kuba ist das so. Ja, aber ich habe das Gefühl. Sagt dir der Name etwas? Ja, ja, klar. Von eurem Clan. Heisst die immer so. Ja, das gefühlt man dort noch gut. Die Bevölkerungsstruktur. Sie ist klein. Wie heisst die Mischli? Sie kann wie die Tochter von Rajai sein. Rastai. Rastai. Sie ist erst zwanzig. Die Latinos? Nein, die Latinos sind auch Südamerikaner. Aber es gibt so Wachtergriffen für die Rassenmisch. Ich weiss es nicht mehr. Sie hat etwas gesehen oder ich weiss es nicht. Weisse, schwarze Indianer, weisse Indianer. Eine lustige. Die ist auch... Mollig. Nicht schlank schlank. Es schaffen zwei Leute. Sie sind total aus der Motto gekommen. Ja. Nicht die. Die kennst du auch schon. Sie ist eben noch eine andere. Sie sind ganz gängig. Sie sind so in Ruhe geraten. Die Blöten, die Wolkbewegung und alles. Die Sensibelis. Die Sprache. Das Zeug noch nicht. Eben. Aber die hier kennst du noch nicht. Shakira. Shakira. Die Sprache. Die Sprache. Sie spricht perfekt. In Berlusch. In Französisch. Sie ist hier in der Schule. Ja klar. Ja klar. Jetzt will sie als Hauptfach Psychologie studieren und das Nebenfach ist Wirtschafts-, je nachdem wie sie den Bachelor machen kann, in drei, vier Jahren. Jetzt muss sie viel studieren und dann muss sie so Jobs haben, ja. Und so. Ich kann schon wieder nicht mehr sagen, wie es heißt, der Name. Tepparamanda. Tepparamanda-dara-maha. Ja, sie ist nicht mehr, komm. Lass was sein. Geh ins Nest, geh unteren. Ja, aber die haben noch Nämme, bestimmt. Es kommt ja schon ein bisschen, du wirst sofort erkennen. Du weisst daran, was gemeint ist. Ja, ja, ja. Ja, genau, Mestiz ist eine. Mestiz ist eine. Mestiz ist eine. Meksiko mit Indien. Ja, genau. Ja, genau. Ich weiss nicht, brauchst du Hilfe. Brauchst du Hilfe? Ja, ja, klar. Ich meine, jetzt. Nicht jetzt. Oh Gott. Ja, ja, in deinem Kleinschrank. Ja, ja. Bis morgen. Das kann ich dich holen. Ja, ist gut. Sagst du Frau einen Gruss von mir? Nein, in welchem Sinn? In welchem Sinn? In welchem Sinn? Wo? Am 5. Am 5. Was? Januar? Nach dem Metzger, nach dem Posten. Ja, in der spanischen Hau, oder? Ah, ja! Pfister! Ja, ich bin ein glücklich. Ich bin ein glücklich. Ich bin ein glücklich. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Aha, ja. Ja, aber es ist ein guter Punkt. Gut, dass du dich in der Hand nehmen kannst. Ja. Ja. Was ist? Ich? Oh, jetzt weiß ich nicht. Fuck. Ich zieh einfach die Bombe von Mora. Ja. Von den Böhmen irgendwie. Ja, ja, ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Und dann würden wir anfangen und sagen, ja, 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 ja. Wie ist das? 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 Aber über die Rolle, das wäre ja der Mann und ihre Mutter, oder? Ja, ja. Sie hatte die Rolle, dass sie im jungen Alter und dann ging sie dort irgendwo in der Messe, sagen wir mal jetzt so. Ja. Ja, das geht bis an Bord. Aber nur mal dazwischen vorab, wie ist das, wie ist die Frage zur Mutter? Käse, oder Hass, Ablehnung, Missverständnis, Pfad. Pfad. Kein Ausdruckslos. Kein Liebe dabei. Kein Gefühl. Kalt. Kein. Kein. Kein Muttergefühle schon. Und jetzt kann ich die Mama Merz geben, die Mama Merz, oder? Merz. Also Merz, sie hat den Merz geben. Ah, Medro. Ja, ja. Und dann fragte sie, wieso, komm, ich sag ja schon, zum Beispiel, die Mama Merz hat den Köchin gegeben, und dort zu Hause angestellt, und die Mama Merz hat den so eine schöne Schnappe. Ja, ja. Und die Mama Merz, Nummer eins, die Mama Merz, und die Mama Merz, und die Mama Merz, und die Mama Merz, hat den Köchin angestellt. So gemeinsame Bekannte von uns kennen Sie, Maren, sie war Freundin von ihm, und die hatte die Eltern. Ja, ja. Also, das war unsere Generation, wir reden über unsere Eltern anhand einer Frau, die dann eine Beziehung dazu hatte, dieser ihre Mutter, und dieser ihren Vater. Dieser ihre Vater war der Unternehmer, sie hatte wirklich eine Fabrikli, auf einem Boliden. Bobe! Genau! Bekannte Firma, richtige Firma, die Maschinenbauteile für Maschinenindustrie-Gefärbungen gab. Richtig solide Sachen. Die hat dann geerbt. Sie musste das teilen. Sie hatte keine Nachfolger. Sie hatte zwei Kinder, zwei Töchtern. Die eine war Mara. Die andere ist verschwunden. Sie hat der Kolle mir gegeben. Sie hat verschwunden. Sie hat verschwunden. Verschwunden wie? Sie wurde im Bärengrabe deponiert und sie sagten, dass das Bäre das Geld mehr gefressen hat. Sie haben das nicht richtig verstanden. Sie haben das Geld noch in eine Kiste, an einem Seilbund im Bärengrabe, noch so gezeugt, dass das Bäre richtig geckert waren. Sie haben das aufgerissen und untereinander verteilt. Die Bären sind gerecht. Sie haben einfach gefressen. Sie konnten gerade ein gutes Geld über sich fressen. Ich bin im Osten in Bern im Bärengrabe besuchen und konnte feststellen, sie haben ein neues Gehege. Aber sie heissen für die Touristen dort im alten Bärengrabe. Fink? Vom Käfig kann man den Dino... Sie nehmen es auch. Sie sind dort viel Wölen. Hey, jetzt lass uns! Sie sind dort viel Wölen. Das kann ich mir sagen lassen. Und dann... Und dann... Nein, im Abseilen ist das noch gar nicht so gut. Eben ja. Und die Berner haben ja den Kredit nicht bewilligt, dass man diese Lärchen abseilen beibringt. Die junge Tiere. Ja, das ist doch mir gleich. Ich habe das schon über die Dino. Nein, eben im zweiten Gehege. Dort hier ist ein Beiz drin. Im Bärengraben. Oder der Jungbäre. Nein, das ist abgerannt. Und dort ist ein Beiz. Nein, aber es gibt... Es gibt einen Plan, einen Bärenbeiz zu machen. Einen Bärengraben nicht. Die ist! Die habe ich gesehen! Die ist! Ja, aber hat sie. Das ist nicht alles im Bärengraben. Mal schon! Oh! Wir sind schon rarer, Lund. Ach, die sind am Fischen, da. Nein, das kann man den Fischen. Es ist so, der Jung in diesem Bärengraben ist ein Beiz. Ist ein Beiz. Da kannst du hin. Und dann hat es so einen Werbedring drin. Für Touristen. You can't sleep with the Bears. Ah, what for? Du musst hin schreiben. Du kannst mit den Bären gehen. Ja, klar. Es hat einfach so... Wenn Corona in die Bären nehmen, kannst du das gleich zu tun haben. Geh doch auf den Bären, geh schauen, ich habe es gesehen. Scheisse. Und dann gibt es noch einen Klavier. Aber das Gehege draussen an, das ist es schon. Aber die sind nur teilweise draussen. Ja, die können es auch. Für die Touristen haben sie sie extra in der ersten, wo du herkommst, in der Brücke in diesem ersten Graben. Das ist falsch formuliert. Nein, die haben einen Plan, wo sie sich aufenthalten und zum Durchgänge offen wollen. Ja, quasi. Und zum Durchgänge offen wollen. Ja. Und können auch durchschnacken. Und schnacken macht auch immer Spass. So in der Höhle durchschnacken. Und im Moment gibt es ... In der Höhle? Und so ein Zusatzhörchen ... Du, Fred, du sagst auch gerne, was ... Du weißt mal, wir müssen lange beachten, und er sagte, ich bin nicht wahnsinnige Aqua ... Ja! Aquaplane. Ja, Aquaplane. Und darum bin ich sehr gerne eine U-Board drin. Aha! Hörst du nicht Claudophil oder so? Ja, yellowsatmolina. Nein, nein. Das habe ich nicht. Blaustrofobi! Klaus? Klaus, nicht Klaus, nicht Briggi. Ah, Klaus, doch voll frei. Habe ich gar nicht. Ja, ich habe dann erzählt, da war ich einmal zehn, zwölf Mal da drin. Und einmal ist der Arsch aufgerissen. Mal. Mit der Neolampe ist der Arsch aufgerissen. Ja, man muss es üben. Der Notfall ist, stell dir mal vor. Ja, aber Fredl, hast du schon mal reingeschaut? Ja, nein, ich habe schon ein paar Mal gepennt. Nein, in das Loch. Dass man den Krieg wieder offen angelassen hat, um zu testen. Ich werde nicht sein, ehrlich. Das war ein Drecksoffen. Er ist wieder offen. Einfach den Offen angelassen, weil ich ganz braun war. Ja, das ist das. Da musst du im Falle eine Sonnenbrille anlegen. Ja, wieso? Nein. Wir waren immer noch beim Berengraben. Ich wollte Sascha, ich wollte Sascha mal über die Treue. Was ich noch habe, für Vollständige von Berichten vom Berner Berengraben ich kenne Namen von diesen Bären. Heute und vorletztes Jahr gab es keine Jungbären. Ich habe mich informiert. Jetzt, weisst du, wie einer von diesen drei Bären heisst? Nein, das ist falsch. Nein, das ist falsch. Falsch. Scheisse. Weil es ist eine Tochter, die jetzt dort ist. Marijke und der Stirling. Nein, nein, nein. Mirko. Nein. Mirko. Ja, das wäre so ein Bären-Name. Aus der Karpaten. Mirko aus der Karpaten. Ich nehme euch schon. Der Bremo. Nein, nein. Der Bremo. Der Bremo. Der Bremo. Also, ich sage euch jetzt erst den Namen der Tochter, die es gegeben hat. Aus den zwei, die fremd auf Bären kamen. Bruno, hast du auch gesagt. Ja, ja. Ich habe gesagt, dass es absichert ist. Der ist fremd über Bären gekommen. Bruno. M16 hat er geheißen übrigens. M16? Ja, Bruno hat M16 geheißen. Ich bin jetzt immer noch ins Bären. Ja. Aus dem Bären, wo sie eingelie... Da, was ich habe noch geheißen. Nein. Ursula heisst sie. Ursula. 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 Das ist ein Tochterbär. Das ist nichts. Das ist wie Ursula. Und jetzt der Vater. Ursula. Das hast gar nicht getrunken. Ursula. Ich weiss nicht. Ich weiss nicht. Ich weiss nicht. Also gut. Der Töchter von diesem Paar wurde nicht so eins geworden. Nein, nein, nein. Wir sind ja schon beim Namen dieser Töchterchen. Die heisst Ursula. Eben. Aber die ist mittlerweile auch schon zwei, drei Jahre alt. Mhm. Wo sind denn die Alten? Eben, ein wenig älter. Und der Vater heisst Fink. Fink. Oh Gott. Kommt von... Finnland. Richtig. Das ist kein Witz. Der Vater heisst Fink, kommt von Finnland. Und die Mutter... Die Mutter kommt von Dänemark. Aber ich weiss den Namen gerade nicht. Mutter ist Dänem. Das ist grönt. Die Mutter ist Dänem. Die Dänem. Die Dänem. Als Dänemar. Die Dänemar. Die Dänemar. Die Dänemar. Das wäre ja wieder ein anderes. Kannst du es nicht googeln? Nehmen von den Bärenbärnern. Ich könnte. Ich mache es gleich gleich. Aber du weisst, dass der Durmatt unser Gröscht, unser Liebst. Ja. Der Friedrich. Der Fritz. Der Friedrich. Jaja, Friedrich. Seid gerne noch, Fritz. Boah, 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 boah. Nein. Nein. Das ist ein Aproposoftes... Nein, 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 nein. Das ist ein Aproposoftes. Nein, nein, nein. Das ist eine puren Mütte. Er hat Bücher geschrieben. Ui, ja, ja, jaja. Das ist ein echtes Endmittaler. So ist es. So ist es. So ist es. Was macht denn der Mann? Wieso kommt er denn auf die Bank zu schreiben? Der hat jemand noch aufgeführt. Der besucht eine alte Dame. Hallo, was ist denn los? Wir haben einen echten Türen ab. Du bist aber auch hinter dir. Ich habe ihn nie gesehen. Ich habe ihn mal getroffen. Ich bin gestangen. Ja, das ist schon gut. Das ist schon gut, Herr Mutter. Ja, nein. Ich bin natürlich... Ich bin natürlich... Der ist in Bayern. Der ist in den Berengraben runter. Wer jetzt? Der Fritz. Dürrenmann. Der ist in Bern, in den Berengraben, runtergestiegen mit ein paar Kollegen, über die Neideckbrüxel, er war besoffen. Nein, du verwechselst das. Das war der Dellenbach-Karri, der das gemacht hat. Nein, der Dellenbach-Karri. Der Dellenbach-Karri hat es auch schon gemacht. Der hat es etwa zusammen gemacht. Der Berengraben-Karri. Der Berengraben-Karri. Jetzt kommt noch der Berengraben-Karri. Moment, der schon. Jawohl, jawohl. Aber was hat der Dorn gemacht mit den Berengraben? Das weiss ich nicht. Aber ich weiss es. Weisst du, was er gemacht hat? Was? Er hat unter den Berengraben Frieden gestiftet. Das komme ich nicht ganz nachher. Er hat den Dornemann unter den Berengraben Frieden gestiftet. Ah, unter den Berengraben? Ja, ja, ja. Die Obrigen Berengraben? Ja, ja, ja. Die Obrigen Berengraben? Ja, ja, ja. Und einer von den Korrifäen aus der Schweizer Juristerei hat eine Autobiografie geschrieben, der sagte, der Dornemann erzählte ihm das 20 Jahre später. Er erzählte ihm das 20 Jahre später, weil er ihm eigentlich in den Sinn kam, dass der Dornemann ihm die ganze Zeit einfach irgendwelche Geschichten erzählte. Aber er konnte so verdammt gut erzählen. Und er konnte das am Schluss geglaubt. Er hat einfach alles geglaubt. Das ist eine Kunst der Anthroposophen. Nein, nein, nein! 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 Das ist also wirklich... Wie kommt der Kreuz? Der Kreuz? Der Kreuz? Der Kreuz? Ja, was macht der da? Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Der Anstrengung ist gekommen. Napoleon! Der ist ein Kinnhaken und ein Seidelchen an den Ring. Amen! Also, gib mir ein Kui, wenn es die Leute sind. Wenn es die Leute sind. Jetzt geht nur daneben. Ja, super! Merci! Ja, das war ein Portion. Er hat als einiges mein Zap gegeben, aber schon aus der Zwischenzeit. Nein, das habe ich... Ich habe das auch gehört. Aber ich nehme an, den Fortschritt. Oder den Fortschritt. Der Fortschritt. Der Fortschritt. Der Fortschritt. Warzapp. 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 So lange ihr hinter ihm ist. Ja, ja, ja. Das ist ganz schön. Der Fortschritt. Hat er von dem Startetrami? Ja, ja. Vom 10. Nach der dritten Runde war er schon 5. Ja, das war eine Bohrigkeit. Das kann sein, dass sie einen Tag gewonnen hat. Ich habe mich uninteressiert. So bin ich auch. Das ist vorhersehbar, würde man sagen. Und er hat auch das beste Team und so. Seien es so wahnsinnig gutes Team, das er hat. Ja, wenn sie dann spinnt. Die haben ja Geld. Wie spinnt es, Mensch. So Fanatiker sind drauf und so. Ja, ja. Deutsche West-Arbeit, oder? Das ist 10. Sekunden. Ja. Geht's nur, oder? Also so Radwechsel, solche Dinge, Mensch. Oh! Oh! Ja, das ist ganz verrückt. Das ist wirklich komisch. Am Schluss lernt doch auch, wenn sie, wie heute, zwei Strategiestunden haben. Ja, ja. Reifen wir weg. Ja, ja, ja. Das ist der Dünner. Das muss man sagen. Nein. Eben, es hat auch mit der Zeit zu tun, heute war die Strategie auf zwei Stopp ausgerichtet. Das heisst, sie geht zwei Stopp raus. Mhm. Für eben irgendeinen Wechsel. Pneuwechsel. Es ist heute wieder um Pneu gegangen. Nicht um ... Schon wieder? Um das Benzin, oder so. Schon wieder. Ja, schon wieder. Nein. Ja. Aber, äh ... Idem. Es ist Pneuning. 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 Ja, es macht's ein bisschen interessant, aber erst wird's langweilig. Waren Sie mit der Räckling? Ja. Ja. Die könnten dann immer kommen. Zur Abwechslung. Ski, oder? Oh, nee. Der braucht Schnee. Ja, genau. Mit Ski. Nein, das kommt ja auch noch. Oh Gott. Ich habe ein paar andere. Ich habe noch, um auswärten. Mit Fähli? Ja. Die können Sie selbst auswählen. Ja. Ich meine ... Ich suche mit Fähli, um auf zu laufen. Ich würde einen Überschicht machen, oder einen Unterschicht. Von was? Von Wasser oder so. Was? Nein. Fähli, du musst drauf, um auf zu laufen. Ja. Ein Wasserdrachle, Patschi. Oh, nee. Das ist nicht cool. Nein. Katzenfähli sind die Besten. Katzenfähli. Ja, ja. Ja, ja. Kannst du das Formel 1-Rennen sehen, in der Alta oben? Nein. Nein, nein. Die Küche in der Alta oben sind Fähli. Ja, es ist eine Kreative. 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 Es ist eine Kreative. Es wird mir nicht ... Hä? Du musst doch etwas kaputt machen. Nimm es doch wieder. Ich wollte etwas Angst machen. Hä? Es ist ja voll gelungen. Ja. Ja. Nein, für ... Du musst dann nichts spalten hier oben. Ja. Dann hätte ich es mal verdrungen. Es geht in den Holz holen, glaube ich. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich kann dir helfen. Nein, warte mal nicht. Er will nur so viel wie er will. Er muss schon versparen. Ist das wahr? Nein, einfach seinen Kopf. Und es ist nicht so kalt wie schon vor den Tagen. Nein, es ist schon kalt. Also nicht so hart. Kommt er schon. Äh, er hat schon. Neun Uhr, exakt. 21 Uhr. Okay, ich will nur kurz mal schauen, wie es geht. Nein, wir haben keinen Plan. Wir haben vorhin schon 2-3 Stunden geredet. Aha, bist du schon längst da? Ja, ja. Ja, gehen wir noch an. Ja, ich habe mein Dings vergessen. Mein Jacket. Und jetzt habe ich da nur ein ... Ja, ja. Jetzt habe ich da nur ein ... Ähm ... Ah, ja, das ist ein bisschen ... Ein T-Shirt. Ja, das ist ein wenig ... Wenig verdusen. Aber hier geht es, das ist erstaunlich. Das ist nur so ein Voodle-Jacket. Das ist ja da unten. Aber ich halte den Wind ab. Ja, das ist dein Top. Sonst will man jetzt recht ... Aber es ist ein bisschen ungasch. Ein bisschen unfreundlich. Leute am Tisch sitzen. Das ist auch ein bisschen krass. Aber ich muss jetzt halten so. Und dann habe ich auch Brille, wenn ich ... Ich habe jetzt darum die Jacke abgezogen, weil es ... Wärme ist und draussen nicht mehr so kalt. Ja, ja. Aber eben, du bist gut angewägt. Du hast auch noch zwei Lagen. Ja, ja. Ja, ja, ja. So wenig. Aber du hast einfach etwas, was warm gegeben. Ja, drei T-Shirts ... Drei Schicht hast du? Ja, ja. Zimtel-System habe ich. Drei Schicht? Ja. Zimtel-System? In diesem Sinne, ja. Nein, schon. Aber es zählt gleich. Nein. Und dann ein T-Shirt. Zwei T-Shirts? Zwei T-Shirts, ja. Zimtel-Schicht. Zwei T-Shirts, ja. 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 Ich hätte sie sowieso wieder vom falschen Stöck. Vom falschen Platz genommen. Zwei T-Shirts, ja. Kann man sie schenken, dort liegen? Oder soll ich auch eine Späule tun? Oder so? Weil ... Also sie kommt dann auch an. Wie weiss das? Sie weiss das. Äh ... Die kommt noch mal nicht, weil ich da bin. Die soll aber ... Äh ... Sie hat sie ... Eine Phobie. 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 Ja, das war es jetzt schon manchmal. Nein, das war es noch. Ja, aber dann, wenn du raus mit ihr willst, ist sie ein Penner. Dort, wo ich nicht weiss, wo sie pennt. Durch den Tag. Okay. Jetzt habe ich sie einen Nachmittag gehabt. Ah, erst Nachmittag gehabt. Du, was ... Dann pennt sie dann. Aha. Ich bin voll auf dem ... Also gestern habe ich sie schön wieder zusammengelegt. Ja. Ja. Dann hat sie es abgelöst. Mit der? Mit der Dächie gespielt. Der Dumme. Ja, wie ein Klematier. Das ist auch wahr. Das ist der ... Die. Ja. 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 Was haben sie noch? Du hast es noch? Ja, ja. Ich fange wieder an. Ja, aber was sie noch verpreisen? Das weiss ich noch nicht. Ja, aber was sie noch verpreisen? Das weiss ich noch nicht. Ja. 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 Wie heisst es? Forest? Let it snow. Let it snow. Du hast 10 Körnchen noch nicht, du Lappi. Richtig. 10 Körnchen. Also wir sammeln zusammen. Für 10 Körnchen. Und da haben sie einfach so eine Wuscheldecke gesessen. Die haben wir. Wir wollen das hier. Also. Manchmal. Ja, ja. Du sollst dann die mal bringen. Bring dir sowas. Ja, ja, ja. Wir sammeln. Was muss ich machen? Das muss ich machen. Du musst ... Das ist viel zu viel. Darum sind wir da aus dem Schnurren und warten. Nein. Wenn alte Damen ... Wenn alte Damen ... Wenn alte Damen mit vollem Körbchen ... Wenn alte Damen mit vollem Körbchen haben, die Kasse gehen, gehen wir hinten dran. Das ist gratis ein Mönchchen. Nein. Wenn sie dünn ist und manchmal fragt die Kassierin, sammeln die Punkte? Und die ... Nein, nein. Und dann machen wir Zeichen von hinten. Und dann ... Der Kassierer kennt uns. Ja, ja, ist gut. Wenn wir dran kommen mit dem ... Zigerli ... 1.60 ... Dann gibt es einfach die Punkte, wo die Albininnen ... Ja, ja. Ja, klar. Ja. Es sind noch keine Dinge, die wir hier haben. Ja, das ist ... Spatzig. Ah, ja, doch. Stimmt. So sieht sie aus. Das ist ja euer Mann, du hast das im 13. Jahrhundert. Ja, siehst du schon. Siehst du auch? Das ist der Stil aus dem 12. Jahrhundert. Ja, ja. Das hat es den Sinn. Der Heilige Gräselstrand knabbert. Ja, aber ... Es kam einen ... ... von einem ... ... Knechtgang und Gäbe. Ja. Auf kalter Kühn. Aha. Du gibst doch zu, du bist einfach geblieben hangen, dann hat sie ein Loch geschlissen. Und so. Oh, ey. Das war der Mutter. Ja, Mutter, genau. Der Mutter ist dort ein bisschen ... ... zu lang gekommen. Eben, so sehen sie aus, die Bücher. Weisst du, dass sie ... Mhm. Ich komme auf die Rücken. Ja, ja. Ich will hören. Es gibt eine Geschichte, die mich sehr geprägt hat. Wirklich. Wir haben mich geflogen. Oh. Was? Jetzt bin ich nicht schön. Du bist irgendwie geschaut, mit einer Schu-Reise. Ja, ja. Das ist richtig. Das ist toll. Was war die ... Die alte Schu-Reise? Was war die Schu-Reise? Ja. Siebente Klasse Schu-Reise. Uff. Ist das so spätig? Was ist die Klasse? Es ist gleich, sind wir auf Alfa auf die Schu-Reise, oder? Ja, das ist auch fünfte Klasse. Siebente Klasse machst du Landschul-Woche. Ja, dumm. Ja. Das ist David. Ja. Du bist eine Schu-Reise, du bist jeden Tag unterwegs. In der Landschul-Woche bist du eine Woche weg. Ja, Landschul-Woche. Im Zeitpunkt. Wir haben die ganze Jahre die Landschul-Woche bei uns zu Hause gehabt. Wir haben nämlich viele Tiere und andere. Ja, ja. Ja, das ist noch Städte. Aber es sind keine Landschul-Woche. Die Städte haben es so genannt. Auch für Tiere. Wir gehen in die Landschul-Woche, weil wir dann auf das Land sein, eine Woche lang. Ja. Einfach den Kindern sagen, was die Schäfe sind. Ja. Ja. Aus dem Ghetto, von der Stadt raus. Ja. Bei uns. Das habe ich auch gemacht. Ja, das Müsus. Weisst du, wo ich es gemacht habe? Wie es Kaff heisst. Von Zürich? Nein, von Bern. Aha. Du nennst Bern ein Kaff. Das musst du aufbauen. Nein, von Bern aus hat es einfach geheissen, Gubbeln. Du gehst ins Gollanddienst machen. Aha. So. Dann habe ich gesagt, okay. Und dann bin ich angetragen. Du weisst, wie das Kaff heisst? Nein. Das war so mein siebzehniger. Eitige? Finster Henne. Oh Gott. Finster Henne. Finster Henne. Das ist nur bei Sisselen. Das ist nur bei Sisselen. Finster Henne. Ich bin Knüttelbauer. Und der Knüttelbauer hatte einfach alles Kühe. Aha. Und die Melkmaschine ist halt dummerweise gerade bei meinem Kämmerli auf dem Fenster angemacht. Ja. Und die hast du gehört gehabt. Ja. 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 Aber Finster. Hast du ja auch Kässe gekannt von Finster Henne? Ja. Kässe. Ich habe aber nach zwei Tagen gefragt, ob ich mal anrufe. Kässe von Finster Henne. Was anrufe? Wie anrufe? Ja. Das hat kein Handy gegeben. Nein. Aha. Stalltelefon. Nein. 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 Ja. Ja. Genau. Ja. Ja. Aber bei diesem grossen, bei diesem grossen Bauer, der hat sicher... Ja. Gönnen, gönnen, gönnen. Gute, gute Treue. Aber der... Ja. Ich kenne Bauern von Finster Henne. Die sind so reich gewesen. Die hatten sogar ein Telefon im Kuhestall. Ja. Okay. Ja, das gibt es auch mit einer Knoblesung der Bauern. Ja. Dass sie den Kuh anrufen können. Ja. 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 Ja, das ist der grosse Traum, oder? Ja. Ja. Ja, aber es ist ja so wie du sagst. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das hat einfach jemand gemacht. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nein, das hat einfach jemand gemacht. Ja, ja, ja. Ich bin einfach aufgewandelt. Mir hat jetzt in dem Bett das Endkrecht aufgestellt. Ich hatte noch so eine Fenne bis um 6 oder so. Und um 5 Uhr bin ich so gerade gestanden wie eine Kerze. Und dann habe ich dann einfach aufgewandelt. Und dann habe ich einfach aufgewandelt. Ja. Und dann habe ich einfach aufgewandelt. Ja. Was ist denn, Fredo? Was war das für gehe? Wie hast du gesagt? Ja, das ist eine gute Frage. Man kann wirklich. Ja. Ja. Man kann wirklich. Man kann wirklich. Ja. Er ist ja zu Land. Ja. Dann wurde irgendwie irgendwie schmackt. Wir leben da. Ja. Moment. Der Fredo hat gesagt, dass er verdonnert wurde. Wie hast du gesagt? Ja. Du musst aufs Land. Ja. Und bei mir hat das geheißen. Oder dann hat das offiziell geheißen. Nicht mehr. Äh. 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 Land, äh. Land, ähm. Landdienst. Ja. Landdienst. Und das wäre halt. Dann hätte er aber etwas Bosse gehabt. Dann hätte er etwas Bosse gehabt, dass du dann verurteilt wurde. Was hast du Bosse gehabt? Genau. Nein. Das ist ja naheliegend. Die Frage. Und so tauntliche nicht. Mal. 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 Es ist naheliegend. Was er sagt. Aha. Und irgendwie, ähm. Eben. Aber es ist nicht so gewesen, oder? Ja. Es ist einfach vorgesehen, obligatorisch. Weisst du, Unterricht muss. Ah. Obligatorisch. Als Teil des Unterrichts. Ja. Den Landdienst machen. Ja. Das ist nur etwas Leeres zu tun. Aber es hätte alle in der Klasse machen müssen. Nein. Die Frauen nicht. Die in den Hausdiensten müssen. Äh. Äh. Ja. 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 Aber ich habe es nicht dürfen. Ja. Ja. Aber es hatte Angst da. Ja. Ja. Es hatte Angst da. Ja. Es war sehr separiert. Ja. 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 Die Frauen hatten eben den Kochdienst. Ja. Fast jede Sommerferie war er krampft wie ein blöder Sieger. Ja. Ja. Aus was? Aus was? Aus was? Aus Knechten? Als Knecht, ja. Ah, du bist so ein. Als Verdinkt. Als Verdinkt. Ein verdinkter Knecht. Ein verdinkter Knecht. Den haben sie verdinkt. Bist du ja wohl? Nein, ich will ansetzen. Nichts, das hat andere. Das ist ganz andere Aspekt. Jetzt werden wir emotional. Nein, Leute. In diesem Sinne, er hat schon gebraucht und er hat auch eine Beziehung zu Ross. Und die Fanny ist... Der Schick, meinst du? Ja. Zfanny, erzähl mal die Geschichte von Fanny. Nein, natürlich. Die Männer. Ja, Zfanny. Die hat immer gewusst, wohin er. Er ist dann immer besoffen, hat die Müllkabel in den Zfanny gewusst, wohin er. Das hat eine sehr gute Geschichte erzählt. Der Timmermann erzählt. Aha, der. Er hat einen schon. Ja, es ist ein Begriff und so. Timmermann, ja. Aber er bringt keine seine Texte. Ach Gott. Auf sowas, ich will mal hören. Du musst mal unter... Also, auf YouTube bist du auch? Nein, ja. Ja. Timmermann. Läckst du, oder? Nein, nein. Nein, der hat einfach verdammt gut geschrieben. Also, wie Deutsch einfach. Ja, Banddeutsch! Ja, Banddeutsch! Ja, das hat der Dialekt. Ja, das hat der Dialekt, ja. Timmermann. Ganz Banddeutsch. Mh. Was schwarz? Flach. Mit den Grosstandenbäumen, mit den Tantenbäumen, mit den Tantenbäumen, mit den Tärer und Glücksparkmäuseln.